So und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge eines Geistauberlängst. Oh, mein Hals. Okay, man merkt, mein Hals ist ein bisschen am Arsch. Ähm, ja, von Menendgy. Ich würde es hoffentlich in die Gänge setzen. Und ich würde sagen, wir haben zwei andere rausgegeben. Dann mit noch ein paar anderen Kissen hier, so Turnierkisten-Kapsel, Ehrungskapsel. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Ehrungskapsel auf. Oh, haben wir sogar noch Kies bekommen. Dass man noch eine Kiste mehr öffnen kann. Was ist das für eine Kapsel? Habe ich bekommen, weil ich 40 geworden bin? Oh, lol. Kann ich mir das dann hier oben als Ding auswählen, oder was? Als Symbol will. Ne. Hä? Was hat es mir denn gebracht? Hä? Muss man nicht kapieren, glaube ich. Okay, Twist Fate muss ich... Die kann man ja nicht mehr re-rollen, ne? Ja, Syndra ist jetzt auch nicht so mein Champion. Wenn ich ehrlich bin. Blut... Tarek... Tarek ist so ein Ding bei mir. So Tarek da, da bin ich nicht froh. Okay, da bin ich schon mal sehr froh. Ich weiß sogar, welche Person glücklicher würde sein sollen. Wie der ich immer extra am Rad haben spiele. Ah, sieg. Ist jetzt nicht so ein geiler Champion. Blutmond Trash würde ich jetzt auch nicht sagen, aber der muss sein. Oh, 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 wow. Okay, drei Champion Shards in einer Kiste. Warum nicht? Hab Blutmond Trash Champion nicht erworben, ne? Oh, ich bin Champion dafür. Ich tue jetzt erstmal alle immer ein bisschen Schaden, die ich schon hab. Ja, hab ich auch schon, ne? Aber ich mach keinen Sitz. Okay, Leute, wir öffnen jetzt einfach mal. Ich mach gar nichts mehr. Oh, Ari. Ari ist echt nicht bad. Hab ich auch noch nicht. Aber gut, was hab ich denn? Oh, oh nein. Oh nein. Oh, okay. Ich hab immerhin eine Kiste geschenkt bekommen, das war ja im totalen Müll. Oh, Dämonenwei, hab ich schon. Ja, da gibt's auf jeden Fall ein bisschen Essenzen, du bist der Nächste. Okay. Heftiger, heftiger Watt. Äh, Watt. Ja. Digga. Ist das mega, mega. Äh, was? Das hab ich jetzt nicht gesagt. Yo, Pupa, die Cravers, Alter. Ich muss sagen, Oscar Trash. Den wollte ich haben. Offense Barrowland Champion. Kann ich jetzt mal, ja? Hallo, warum nicht? Jetzt hab ich immerhin den Trash. Oh. Ach, Heiliger, was haben das denn? Das Kind. Alter. Aufgeregt. Käptchen. Ja, also, Leia. Bitte mal ein bisschen, bisschen besser. Ja, so. Jamson. Na, Bach. Oh, noch. Und schlimmer was aus. Uh, Blowcheck. Äh, hab ich den Skill eigentlich, ja? Schade. Äh, das ist schade, gut. Ich bin froh eigentlich, wenn ich den Skill hab, aber... Was hast du, was hast? Schlickenglocken, Katharina. Ach, Heilige. Es gibt hier oben auf jeden Fall zwei Champions, die haben möchte. Wenga und Ari. Raus hab ich nicht. Oh, ach, ey. Ja, so eine Hexistruhe kann auch ab und zu immer wieder kommen, ne? Das ist so geboostet. Oh, Scheiße. Ich kann nur das Gang bringen. Äh, kenn ich jetzt nicht so gut. Der Skill war nicht schlecht. Hm. Und ich hab vorhin 10, 13 Shuntles. Oh, Mann, ey. Junge, warum krieg ich grad so viele Sterne, ich das Ding? Ah, Lucien. Hm. Muss, muss man mögen. Muss, muss man mögen. Ich kann den Zermark nicht, aber... Man muss, man muss mögen. Ist auch schon wieder Project Echo, oder? Ich glaub, das ist so ein Zeichen. So, ja, so. Du musst einen spielen. Du musst einen spielen. Du musst einen spielen. Das war ein Mann. Was für ein Nelk. Für ein Nelk. Oh nein, Alter. Das ist echt unfassbar, dass ich den Stinger bekommen habe. Ich bin so gut, wie zu erzählen. Nee, eigentlich nicht, aber... Das ist so eine Turnierkarte. Stimmt, aber ja was. Was? Okay, den Film kenn ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ähm. Naja, Malfall. Weiß ich jetzt dann, ob das Ding gut ist. Hm. So viele Champions-Dinger krieg ich da raus, ne? Aber besser als ein Champions-Shap draus zu bekommen. Oh. Ja, irgendwie so ein Spillo, ne? Und so Spillomäßiges, was ich natürlich nicht hab. Hihi. Ach nein, die Scheiße, was soll das denn im Skimm? Ah ja, komm, Alter. Es gibt halt auch mehr Spickers. Ich mein, ich hab keine Spickers und so, aber... Oh, Blumen und Trash, den kenn ich ja gar nicht ins Skimm. Hm. Ach so, hm. Warte, mach jetzt einmal neben, mach ich mal 10 Kits auf einmal auf. Einmal, einmal neben. Oh, Leute, warte mal. Ich hab' voll in deinem Skiller nicht bekommen. Okay, das war die größte Scheiße, die ich hier mache. Geil. Und ein Jamstorm. Ich darf, so, kann ich leider alle Champions haben. Ich kann mit meinen Champions-Shaps abgehen. Ich gucke, was denn das für Warps, leider. Was ist das denn für Warps, wann? Was darf denn dein Warps, wann? Was darf denn dein Warps, wann? Juge. Soll ich ja über Titel? Schneeschlag kennen. Es geht die One-Naggie. Hm. Na ja. Also wir kommen, jetzt muss man ja weiter weiter, wenn man die Kitsche mal schenken. Ich hab' ja schon ein bisschen Müll bekommen. Es sind nicht Trash. Ja, Juge, ich hab jetzt halt eine Million Trash. Es sind zum Beispiel Trash-Geräusche, ja. Hehe. Hehe. Du, es sind schon sehr doll, wie das sie mähen. Okay, jetzt kommen so die Bullshit-Skins. Was ist das denn? Was ist das denn? Leute, enttäuscht mich nicht. Na, okay. Hab' ich aber auch nicht. Wobei, den hab' ich. Hab' ich. Indusiert mich nicht mehr als Christe. Schnee ist Niederlehre. Naja. Mal kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das Game gut ist. Hab' ich noch nie gespielt. Aber was sind das für Worts, die ich bekommen? Man, ich kann ja alle ein bisschen schon. Oder rerollen? Hm. Guck mal, Alter. Hier zwei. Na, von den Neueren. Zum Glück noch. Really? Ich hab' ich, ich hab' ich, ich hab' einen gleichen Wort bekommen. Ich hab' so viele Worts, die ich nicht hab'. Welchen Wort bekomm' ich? Einen, den ich hab' Ich hab' ich. Der hier im bisschen scharnet, bisschen scharnet. Der Skin ist so scheiße, Alter. Ich hab' dann immer so was, immer so in Skin. Ich weiß gar nicht, wie wir da rauskommen. Geh' den Scheißelettchen, der wirks immer. Ja, da gibt's schöne Sense. Ja, da gibt's. Boah. Oh? Wo ist mein Kissen? Kissen, 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 Kissen. Da ist ja mal ein Kissen. Kissen, Kissen, Kissen. Löwentanz, Kockenmacher. Actually, not bad. Kriegsterein, was rein? Hm. Na ja. Aber ich kann, ich kann jetzt auch jetzt sitzen, aber das Skin ist komm' gut. Gutes Skin. Boah. Ich spür's, wie die Käse gerade zurück ist. Ich öffne, ne? Vielleicht komm' jetzt eben in der Hell raus. Kein Kommentar. Kein Kommentar hierzu. Ich brauch' wieder ne Käse. Es war so boosted grade. Ich brauch' einfach keine Käse. Ach, nehmen wir die Champions! Ich hab' mehr Champions Shards in dem Game bekommen grade. Im Opening. War's grad Track'n Trainer? War's grad Track'n Trainer? War's grad Track'n Trainer? War's grad Drach'n Trainer? Tosana? Please, please. Ah, ich will den Skin nicht. Der einzigsten Skin, den ich möchte, Tosana, ist einfach dieser Drach'n Trainer. Tosana Finn. Geil. Nein. Was? Todesschuhl. Weg. Dafür müsste ich den Champion erstmal besitzen. Oh, Echo. Kann ich gleich mein Champion machen? Ja, 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 ja. Ja, ich hab' den, ich hab' den. Ich hab' den. Oh mein Gott, ich wollte den unbedingt durch Kissen haben, ne? Ich bin so glücklich. Ich bin so happy. Ich bin so happy. I am happy and I know it. Ja, aber man kriegt aber so ein bisschen Bullshit. Aber dann, wenn so ein Omega-Sys kommt, dann... Nur mein Schlamm, ich hab drei Stammrecht, was ist jetzt? Jetzt wird nur noch... Warum checken jetzt Leute mich plötzlich? Ja, schön. Ich hab ihm gesagt, dass ich jetzt nicht kann. Warte mal kurz. Mein Freund, ich hab dir gesagt, dass ich nicht kann. Also schreib mich bitte nicht aufs Team an. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, warum bin ich wirklich Spanisch. Super galaktisch, ey. Oh, auch so was gibt's. Super galaktisch. Jetzt kriegt man halt den super galaktischen Skin. Ich weiß nicht, am Ende. Eigentlich kann ich jetzt schon sagen. Ist auf jeden Fall schon so vom Preis von Skins. Not that low. Ja, also... Kommt auf jeden Fall schon an was Schöne hin. Wenn man halt immer noch diesen Draven bekommen würde, ne? Was ist denn gerade das? Gerade das Name. Sehen, Jürgen, ich hab' ich schon... Ey, was ist das? Jawohl. Wisst ihr, Leute, warum ich mich jetzt verarsch will? Wisst ihr, warum ich mich jetzt verarsch will? Wisst ihr, warum ich mich genau jetzt verarsch will, ne? Ey. Junge, ich kann jetzt nicht. Irgendwann heute Abend ja, aber jetzt nicht. Hören zu mir können oder rede ich Spanisch. Wartet mal, Leute, Leute, das muss ich jetzt kurz meinen Kumpel zeigen, also. Kennt ihr den Moment? Ihr öffnet mir die Kiste. Kriegt genau den Skin raus. Den Ultimate Skin, den ihr schon habt. Wisst ihr, wie traurig das ist? Weil das ist der einzige Skin, den ich hab, diesen Schrecken-Novatarius. Von daher enttäuscht es mich grad so richtig heftig. Wollt ihr das Skin haben? Was? Was? Das sind so fucking Ultimate Skins. Oh, da, wir gehen halt nochmal. Ich hab mich was drin dran. Ja, aber das ist echt traurig, so, dass ich den schon hab. Wie viel würde der eigentlich kosten, wenn ich den holen würde? 2000. Alter. Ich hab' fucking ein Weeball rein, also. 200,000, ever. Ever, ever, ever. Kali-Stahl. Pendantil, Mordecai-Stahl. Mordecai-Stahl bin ich jetzt nur zum Fan von. Ich hab' von dem Champion auch nicht. Ja, moin. Du scheißt den Tamau. Der Timmerfeld. Wischen auch immer den Timmerfeld. Ich glaube, wenn ich jetzt noch in den Team-Skin bekomme, kann ich drei Team-Skins re-rollen. Dann kommt so ein Dallin-Skin raus. Ja, moin. Oh, ähm, jetzt waren wir da unten nicht zu beachten, bitte. Das kennt uns immer, ich hab' bisschen arzistisch und arzistisch. Und arzistisch, weil ich immer nicht all hier. Oh, ein J-Zu. Hm, ein Skin hab' ich auch schon. Stand für mich am Aros. Actually, not bad. Camel. Hab' ich, glaub ich, noch als Champion, ne? Ja, können wir Champions auf jeden Fall auch stoppen? Oh, noch mal eine Truhe. Oh Gott, Alter, okay. Okay, für den Skin, für den Skin-Riot. Ich danke, dass ich noch eine Truhe geschenkt hab, Alter. Ohne Witz. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt nur was Kinder bin, dann krieg ich nie eine Sona, Alter. Das ist so, wie wenn ich den... Oh, Leute, was ist das? Oh, oh, oh. Da dachte ich jetzt, der Gemstone drin, aber... Und dann hab ich gemeint, der Gemstone ist doch nicht drin. Ich hab den Skin auch, den ich möchte. Geil. Ich bin die glücklichste Mensch, der Welt. Oh, Leute, ihr wisst ja, wie stolz ich das gerade macht, ne? Ihr wisst nicht, wie stolz ich das gerade war. Ich fing hab' so wie so ein kleines Kind, was so ein Überraschungseier-Öffner. Und ich meinte, was hab' ich drin jetzt... Gut, das hab' ich bei manchen Skin hier das Gefühl. Oh, Jinks-Eis-Champan-Ding. Kann ich gebrauchen, ne? Hab' er denn Jinks-Kin? Hä? Mein Jinks hab' ich ja auch nicht. Ich hab' kein guten Champion, eigentlich. Das soll's mir jetzt sogar echt sagen. Und ich sag' jetzt sogar fast schon mal. Ich besitze mich nur die laubilligen Champion. Ja, außer, nee, sorry, hab' ich auch nicht. Ha, brah. Okay, nice. Hammer 4. Ey, muss sagen, die Gemstone ist echt wirklich erheblich guter, ne? Also... Sei es, also wenn da jetzt noch was hin nachherkommt, ne? Das ist dann ein echt bad von euch. Oh, oh, oh. Ach komm, Ryan. Ach komm. Ein Kader und ein Jinks-Kin hätte es doch jetzt auch sein können. Was hat's für ein Skin? Was hat's für ein Skin? Was wird in Deutschland erlaubt, Alter? So ein Haste-Mega-Skin? Ja. Das geht gar nicht, Alter. Das geht gar nicht, Alter. Eigentlich nicht. Idiot. Oh, Omega-Trop-Timo. Den werd' ich wahrscheinlich holen. Aber einfach, weil ich Timo-Main bin. Oh, na. Aber ich hab' eigentlich schon einen geilen Timo-Skin, ne? Von daher werd' ich mal schauen zum Schluss, ob ich den dann auch wirklich möchte. Weil ich mein Omega-Trop-Timo muss man halt auch mal spielen, ne? Als Timo-Main. Hä? War da grad zwei Schlüssel drin? Ne, ein Gemstone. Hä? Das hab' ich halt echt nicht gesehen. Neul. Raus, das bin ich, Alter. Sternenwächterin Oriana. Oriana? Galer Champion, Galer Spin. Bin ich, actually, mit zu viel. Ne? Hexys-War. Todes-War. Victor. Nice, das bin. Actually, hab' ich jetzt von ein paar Events, die es ging, bin ich froh. Bei mir mal dem Setzgen, weil ich kein Setzgen habe. Na gut, okay. Dafür müssen wir halt dann trotzdem den Champion besitzen, ne? Na gut. Na, aber ich bin froh, dass wir den Rat anbekommen haben als einer der ersten Skins. Da weißt du schon, wenn ich glücklich gemacht hab mit der Person wird ja sowieso glücklich sein. Gut, ich bin auch glücklich, dass ich den Champion als Partner als den Skins. Champion darf man ja nicht haben. Jetzt kommen wahrscheinlich 90 Millionen zu Längs in den Kommentaren. Da schaut man nicht, oder? Sprich mal so aus. Oh, oh mein Gott. Warte, ach wie, Alter. Ich hätte mir eigentlich schon ein Blitzkrieg noch gewünscht, aber... Bei Blitzkrieg hab ich keinen Skins. Uh. Mein Name von Draven. Oh, Evelyn. Gebeck. Ich hab' alle Evelyn-Skins durch den Rollen bekommen. Okay, das ist noch für mich. Schau' ich mir meinen anderen Case an, dann wisst ihr, was ich meine. Vor allem, ich bin das der frischste Mensch, oder? Na, super galaktische Niederle Symbol. Okay, wozu man auch das eben braucht? Was verlassen hat Chase? Weil mein Chase ist doch wie so, mit dem Hammer und dem Ding, ne? Ja. Stimmt, da gab's ja mal ein Champion, ne? Denn, oh Gott, ich weiß noch einmal, wo der Champion mich immer am Anfang mal weggebt, so Leute. Und dann fühlte ich ihn auch. Ah, aber scheiße. Oh, glätt. Hab ich die Klette schon ein, ne? Ich weiß noch, wow, ich. Na, better, aber ich hab' noch der Wowwick. Hm, noch der Wowwick ist geiler. Also find' ich actually geiler. Okay, Asreal hab' ich schon. Ist ein, also ist ein sehr geiler Skin. Also, beschwem' ich nicht drüber, aber ich hab' ihn schon. Hä, ich hab' ihn schon. Hä, ich hab' ihn schon. Hä, ich hab' ihn schon. Okay, sind. Sind, 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 sind auf jeden Fall. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal die schöne Beute angucken. Ja, weil, muss ja auch irgendwie sein, ne? Nach sowas. Und dann werd' ich mal kurz schauen, so mit dem Gehirn ausrechnen. Und ob es jetzt gut ist oder schlecht war. Ja, aus, Leute. Logischerweise. Ohohohohoho. Und dann gab's genkannte Kurzerin. Ne, Lüks, generell. Häm' ich schon. Ich hab' euch jetzt am Puls, ne? Hexerei, das ist ja ok. Also, lol. Wir müssen jetzt halt' mir unter das Hammer Dinger in den Arsch schieben. He. Oh, lol, ich liebe euch, weiss. I love you. Küche. Ich meine, viele sagen jetzt so, oh mein Gott, das Kind ist ja noch so scheiße. Aber ich bin jemand, ich öffne, ich hab drei Skins, die mir gefallen. Ich bin glücklich. Ich bin einfach, ich fühle mich dann einfach, du wirst in die Straße entlang und du bist einfach der King. Genauso fühlt man sich dann. Vielleicht, oh, sechs Champs-Sounds. Vielleicht schaffen wir noch einen, einen wünsche ich mir noch. Einen wünsche ich mir noch. Einfach nur einen. Einen Champs, so wünsche ich mir. Ich hoffe, dass es jetzt zu viel verleihen. Deutsche, ii, super Skin, super Ausbau, ja, hab ich aber schon. Aber es ist positiv, ich kann nicht dich schalten. Damit meine 3. Leute, ich bin glücklich, ne? Moment. Oh Gott. Vor allem, das Wolf ist halt auch, dass ich das, ich wollte es eigentlich schon vorher machen. Aber dann, wo ich so, die letzten paar Kissen geholt habe. Schaus hoch, mit FQ, wo es ging raus. Würde ich das Video eben gesehen. Vor allem nicht bis zum Schluss. Und, ja, dann hast du gelesen, so. Dann hat es gesagt, Kissen ab, ey. Wenn man eine Kisse öffnet, kann man auch noch eine Kisse bekommen. Und das war ab und zu Action die Wolf, aber es ist verständlich, wenn man so einen Sticker bekommen, darf man dann halt auch. So, dann vielleicht, ja, wie soll ich sagen. Ach, ich sage ich ab jetzt, dass man halt noch eine Kisse geschenkt bekommt. Ich bin ja, das Kind hat ich geschenkt bekommen, aber von meiner Freundin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Swain. Oh, das ist ein Bוד, der hat mich am Fall am Swain. Ich bin Swain. Oh, unfassbar. Das fand ich auch, ja. Aber Tuts, aber, äh, äh, everything. Ach, egal. Ich bin ja, zwischen dem Schmeiß. Ja, 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 ja. Ich bin so happy, um, so viel, happy to see the truth. Ja, dann, 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 dann bin ich sicher, wenn ich das auf initiatives. Dann ist ja immer wie viel weitergekrieg. Oh ja. Ich binc, dass, Jesus. Jesus. Ja, ich hab ein Blitzgeheims-Games. Ja, ich hab ein Blitzgeheims-Games. Ich hab ein Blitzgeheims-Games. Okay. Ach, du heilige Scheiße. Okay, ich glaub, mein Game ist ein bisschen lecky. Ich mein, ist verständlich. So, machen wir hier erstmal alle blauen Nummer-Andungen weg. Ich mein, da haben die alle Skins-Kommasse. Bei den Skins haben alle auch so drei Skins nicht bekommen. Nur weiß ich, welche das jetzt nicht bekommen haben. So, der Mensch ist Luchs, Alter. Das sind auf jeden Fall schon mal 50 Euro, Alter. Ne, warte mal, Mensch, das Item-Eskins kostet mir 25 Euro, ne? Ja, doch, so ne Richtigung, glaub ich schon. Ich kann ja meine Kommentare schreiben, wenn sie nicht so ist, ne? Oh, Junge, wie viele Sticker ich bekommen hab. Viermal den gleichen Sticker. Oh, Mann, dann sind es zufällig ein Therma-Skin. Ja, der ist Aki und der ist Aki auf jeden Fall. Ach, ne, nicht ein Kimo, Alter. Ach, ich hab den schon im Besitz. So. Tatschern. Süß, ja. Ähm, so ne Rehwort will ich auf jeden Fall haben. Und das sieht süß aus. So ne Ranger. Also, ne Prober will ich auf jeden Fall haben. Warte mal. Ich bin glücklich. Ich bin alle doch gleich, oder? Ja. Aber anstatt dem, vielleicht den. Und 340, was ist das noch? Ich woll jetzt immer eine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat niemand gesehen. Und aufwärmen. So, jetzt hab ich fast diese Worts. Ich würde sagen, wir fangen hier erstmal an. Atox. Hab ich nicht? Okay, wird ein bisschen schade. Alle Champions, ich habe dann ein bisschen schade. Oh, H1.000. Verdeid. Was? Ich hab Cammy. Seit wann hab ich die? Seit wann hab ich Cori? Okay. Ich bin neu. Ich bin echt neu, das Champions haben. Ja, bei Echo hab ich nicht. Das weiß ich. Oder? Ja, ich hab ich nicht. Mütel hab ich. Bei Car, das muss ich überlegen. Ne, hab ich nicht. Ne, lau, lau, lau. Wer hat die lau? Ich nicht. Das ist ja oha, Alter. Es gibt auf jeden Fall massenhaft. China hab ich. Jays hab ich. Jinks hab ich zweimal. Mal einmal ein bisschen schaden. Kau hier still. Oh, Cappet, den hab ich so gern mit. Hm, die Cater hab ich auch. Den Freshenboy hab ich auch. Den Boy hab ich zufälligerweise auch. Oh, Leute, ich hab nicht mehr die Lizenz nicht hatten. Ich hatte 700, jetzt hab ich 3.3. Aber okay, ich hatte vielleicht 3.000 oder so. Aber man darf ja auch mal sich freuen. So, Maukei hab ich ein bisschen. Anni hab ich ein bisschen aus. Was hab ich? Naute, das hab ich. Oder? Ja, die Lärme. Nocturne hab ich nicht. Doch, ja. Ich hab Nocturne. Nein, in dem Leben. Ähm. Oh, ja, hab ich nicht, logisch. Benekten heißt zweimal. Hörn, die Lärme. Jetzt haben wir Benekten, das entschonnet. Dann haben wir auch immer ein Gude. Das ist jetzt so zufällig. Ja, ich hab grad aufgeregt. Ich kenn den, den ich eigentlich schon hab. Na gut, Tarnem, Timo. In Tostana hab ich auf jeden Fall. Na gut, für Timo ist auch nicht so. Warf ich jetzt ein bisschen zu entschonnen. Aber das will ich schon heute anderes machen. Oh, ja, ja. Ich hab 20. Oh, ja. Geh neuer. Ähm. Ja, noch nicht. Desenchant. Wen hab ich gemessen? 10, lauf ich zweimal desenchanten. 10 Jahre später. Victor. Lacht ihr mir? Ach, hab ich so. Ey, ich wusste gar nicht, dass ich so manches Kind habe. Ja, so, der gibt viel, ne? Ja, der gibt, der gibt viel. War schön. Einzigste, was ich anher so geil finde. Der gibt viel beim Dissenshack. Aber ich bin's eigentlich auf jeden Fall erstmal hier am... ...Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang. Oh, ja. Ich hab sogar das Kind jetzt alles Gems, die mir fehlen von den ganzen Sings. Und ich auf jeden Fall den aufwerten. Oh, jetzt sehen sie da ab, Alter. Schüss, meine schöne Sänze. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Ah, wie, gerne. Aber das Jents, was ich nicht mehr mehr Spielen hab. Ja, dem würde ich noch Priorität geben. Ja, der her. Dann bin ich auf jeden Fall. Ja, so, bevor es den... ...Liege schön treue. Mh, Jents auf jeden Fall. Und ich glaub, dann ist es mir jetzt eigentlich so... ...hoch die Beide, eigentlich. Ich meine, ich finde jetzt eine Freude, die wir eigentlich wieder machen. Aber wir brauchen natürlich noch Jungle. Also wenn man keinen Jungle hat, dann... ...kriegt das einem nichts. Seck weiß ich nicht, Seck. Seck mag ich nicht so. Aber okay, so much. Ich finde den Typen eigentlich auch... Ich bin gleich mal kurz in den Shop und hole uns bei Champions. In Sepp-Bio. So, jetzt habe ich noch Zeit. Wir können dich denn noch hier rauspicken. Schlese ist halt gar nicht. Ich nehme mal Traum. Dass ich noch einen Supporter habe. Das ist so ein von den Just-Carrier. Varus, gerne. Wenn ich klaufe, den letzten, den ich make wäre. Oder schaffe ich vielleicht noch Vladimir? Oh, Vladimir, ja wohl. Dann schaffe ich auch noch. Boom. Jetzt schaffe ich keine Champions mehr. Na ja, obwohl, Fack möchte ich eh nicht spielen. Nami ist mir zu langweilig. Dann kann ich noch nicht mehr machen. Laut die Lust brauche ich eigentlich auch. Kann ich euch den noch aufwärmen? Na gut, um das lasse ich jetzt erstmal. Wir kommen jetzt zum Resultat, um mal rein zu kriegen. Permafin. Was? Die Fin? Das ist denn die Fin-Skin? Oh mein Gott, nee. Okay, komm, irgendwas schon heiß. Ja gut, okay. Ich dachte, jetzt kommt was Schlimmeres. Was? Ich kriege für den 270 eigentlich ein bisschen Charmter. Was ist denn hier los, Alter? Was ist das jetzt Skin? Na ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das denn gut ist. Wir werden sich jetzt erstmal so stehen lassen. Zaubern. Aufwand. Zum Permat. Ich habe mich aber leicht gemacht. Ähm, ein bisschen Chanten. Ja, Chanten hier. Ich würde sagen, machen wir mal den nächsten Veroge. Veroge. Oh, mein Gott, der habe ich mir so aufhören. Stimmt, ich sollte ja am besten noch nichts machen, was ich bereuen könnte. Ähm, ja, nur ein Netten-Skin, warum nicht? Kann man mal machen. Kriegsherr-Azure. Hatte ich aufbekommen. Ah, vielmehr-Azure. So ein Trash. Weiß nicht, was ich jetzt auch mal den braucht. Ich habe dafür halt einen anderen Skin. Gut im Gesitz. Ja, das ist auch mal hinter der Skin. Oh, ein Dark-Tobby-Skin. Weiß nicht, was gerade das Traurigeste war, was ich gerade in der Hand habe. Dass ich den Skin schon hatte. Ähm, ja, ich habe einen... Es ist auch ein bisschen die Schöne, die Nerv. Was geht aus Shadow? Ach, du, Herr, hier. Ah, ich würde ein Vermelkding. Ich kann weg, also. Ich würde auch Vermelk. So, und jetzt. Kleine Arturen. Oh, ne Kiste, äh, auch nicht. Oh, ach, 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 ganz toll. Oh. Ähm. Das ist halt auch mein 100er-Skin. Oh, ne. Mafia Grey, oder auch. Oh, ja. Okay, ja, das ist so langsam enttäuscht es mich halt schon ein bisschen. Oh, ich habe den Skin. Oh, neul, ich werde küsst mich. Hey. Immerhin, bisschen was. Und jetzt kriege ich das ja Aki-Skin. Oh, den, wo ich jetzt den Schaden getroffen habe, habe ich jetzt den Skin bekommen. Nein, ich will das nicht. Dann hätte ich den Veganer-Skin, dann hätte ich den auf jeden Fall weg, aber dann die auch noch. Das sind so Billows-Skins, die ich bekommen habe. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Billows-Skins, Billows-Skins. Er gibt Billows-Skins. Dann hat er den Olaf. Oh, und wann die mit. Ja, jetzt kriegst du's Shen. Und den, das klingt raus. Okay, ne Scheiß kriege ich raus, also. Und den Shen, den habe ich jetzt immer noch. Und dann nimm Lichtbogen rein. Das ist halt die Frage. Mich als Wenspieler und ich Bogen rein. Will ich jetzt mal so stehen lassen, das ist das erste Channel. Pupaditar, ach du heilige Scheiße, so was ist das hier? Oh, Gott. Äh, ja. Billows-Skin, Billows-Skin, Billows-Skin. Er gibt Billows-Skins. Aber das Schlimm ist halt immer, du kriegst diesen Skin dann noch nie mehr. Sondern wir wollen. Oh, ich hab's sogar noch extra bekommen. Nein, läuft bei mir, Alter. Junge, heim, nimmts on point. Oh. Also schon auf jeden Fall ein bisschen was leer. Was ist da gerade so los? Oh, 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 ich hab alles getrunken. Oh, ne, warte mal, wenn ich das sage, gibt's immer zwei Sinn von einem Champion. Hä? Okay, da war, ich hab' den noch bekommen. Mein Todesschwur-Vektor, den hab' ich auch irgendwo. Ach, so heilige, oh. Oh, der tötet vielleicht mit seiner Ackig-Kalte-Skin. Und, der mystische Käse, zu sein. Welche weiß, wenn es geht hier an, wie die hieß. Also, man hätte ich halt immer hinter die Dinge. Oh, Löwentanz. Löwentanz, Löwentanz. Oh, mein Gott, Löwentanz. Yeah. Oh, er hat wieder drei Minuten Skins. Oh, ich hab den Maumen losgekommen. Den Kitzkang-Skin. Oh, der hat den Atlet-Witz-Gang-Sinn. Aber eigentlich so, Atlet-Witz-Gang-Sinn. Ja, gut, okay. Das war jetzt ein guter Sinn. Nur, das sind's. Und wir sind da ja. Ja, ja, okay. Wir sind da wohl ja schon da. Ich bin da klar. Hab ich nicht bekommen? Habe ich denn schon irgendwie rollt? Hab ich ja, äh? Ich könnte schwören, ich hab den Schatten erst rollt. Oh, oh, oh. Ja, ich denke gerade, Scheiße, ey. Also sind irgendein Skinner rollt, aber. Krivo. Krivoit. Äh, ja, hab ich irgendwo noch ein Skin, wo ich sein Filo. Wie kann ich hier ein Skin übersehen? Okay, dazu sag ich jetzt mal nichts. Eine schöne Escobar, ich kann hier. Ähm, bisschen charnten. Davon hab ich zwei Stück, bisschen charnten. Das wäre eine Scheiße, bisschen charnten. Da hab ich ein Charmin eh nicht, bisschen charnten. Und das sieht einfach wie das hat aus, bisschen charnten. So, bisschen charntet man. Ja. So, jetzt müssen wir aber noch drei Kisten öffnen, ja? Oh. Als ob ich jetzt noch meine Kiste öffnen kann. Hey, Junge. Was gibt die mir denn da für Skins? Ah, ich weiß gar nicht, ich fand. Ach, boah, ich krieg davon ja 200. Das ist schon ein bisschen traurig, genau. Warte, zwei Attis-Skins. Find ich ja auch irgendwie eine Attis-Skin? Ich weiß nicht, ob ich den Vermessungs bekommen habe. Aber ich habe keinen Attis-Skin. Geht nicht so gut wählen. Ich will die nicht abfahren, Alter. Ob ich lieber den Skins, Alter. Warum schon auswischen bekommen? Immerhin etwas. So. Den, genau. Ah, ich weiß gar nicht, Alter, ob sich's bei dem Blumen. Aber ich weiß gar nicht, dass ich den Skins haben bin. Der Champion ist ja noch für sich. Oh, mein Gott. Timo. Auf schiefden Fall. Okay, das ist jetzt auch nicht genau noch. Ah, ich kann sich das nicht in den Skins haben. Ich kann auch noch vier Rollen. Weil ich weiß so langsam so diese vier sichere Rollen kann, die ich schon haben. Okay, ab und zu schriffen. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Den Thrash-Skin. Dass ich auch einen guten Skin habe. Na, ich meine, ich kann mich halt echt nicht beschweren hier. Z-Aktivierbar. Was ist? Chase. Ich will Chase nicht. Weihnachts-Traven. Gönnung. Oh, Leute. Warte mal. Ich hab hier noch super galaktische Elise. Dann nehm ich die halt. Ja. Dann kenn ich ihn. Ich kenn ihn every day, every night. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, wie viel würde ich hier... Äh, 250 krieg ich halt davon aus. Pupati schon lecken, Alter. Jo. Alter, warum krieg ich hier so viel Scheiße aus? Jungs, ich bin echt so... Ich hab hier schon... Jungs, ich hab hier auch scheiße. Jetzt komm, wir's aufzunehmen. Ähm, den hab ich eh schon. Glaub ich, warte mal. Jungs, wir müssen so ein bisschen das nennt, ne? Ist auch so leicht, dass ich ihn hab. Champion, ist noch... Jungs kann ich auch dir jam. Am, hab ich jetzt was zunchandelt? 1,25, ja? Weil ohne meine Gewohnung war die alter Junge Als ob ich meinen Champion nicht gleich geholt hab' man Meine 70 Meine 70 Ich bin ja mal frei Nicht damit Moriana Dann hab ich immer noch nicht schön sexy Azur Mit Bären-Ding, Alter, Scheiße Ich war nicht sicher an der Champion und so Ah, ähm, ich seh gerade den Champion Nichts, nicht an der Aber dann reicht's auf den Gewohnen Den, 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 den Scheiß auf Bären, Jungen Das Haus, Jungen, an der Fingern ist klar Ah, ich hab zwei Assistenz Ich bin ja auch ein Schiller Oh, ich hab noch ein Ein Schiller Ah, bitte, ein Schiller kann ich mich holen Ich hab jetzt auf Deutsch, ich kann go on Oder Jings Ich hab ihn nicht Scheiße, zu spät, nicht Ich hab ihn nicht gemerkt Ähm Was hab ich hier eigentlich an Riven-Skin Ich mein, Karpathor spiel' ich eh nicht Den kann ich auf jeden Fall noch wegpacken Luschen Project Luschen Gibt's halt keinen geileren Skin glaub ich für Gankflank, Junge Äh, äh, das ist sicher, dass ich den Schiller nicht spiele, Alter Und so Jetzt möchte ich eigentlich nichts mehr disenchanten oder rerollen Dann würde ich sagen Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns bis zum nächsten Mal Haut rein! Glocke Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja ich bin ja